Im heutigen Beitrag werden wir uns das heiß diskutierte Thema der Wasserstoffmobilität zur Brust nehmen. Wir werden schnell und einfach den Status Quo definieren und Zukunftsaussichten beleuchten, damit Sie diese in Investmentansätze einbinden können. Das steigende politische Interesse für umweltfreundliche Mobilität, verkörpert durch den Elektroautobonus und die Förderungen im Wasserstoffsektor, bringen manchen Investor auf die Idee, diese Sparte als zukünftige Anlage zu identifizieren. Da es aber aktuell sehr wenige Unternehmen, die auch noch börsennotiert sind, gibt, welche sich nur mit dem Thema der Wasserstoffmobilität auseinandersetzen, geraten die Anleger entweder an fundamental schlecht aufgestellte Unternehmen oder wissen keine Beziehung zu anderen Branchen herzustellen. Daher besteht aktuell die Verzweiflung darüber, richtige Investmentchancen in Zusammenhang mit der Wasserstoffmobilität zu finden und gewinnbringend Geld anzulegen. In diesem Beitrag werden wir die aktuellen Anlagemöglichkeiten dieser Branche beleuchten, einen Fokus auf zukünftige Entwicklungen legen und immer das Chancen-Risiko-Verhältnis einzelner Investments im Hinterkopf behalten. Hallo zusammen, ich bin Florian von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Anlegern wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Wie es der Name schon andeutet, beschäftigt sich die Branche mit der Fortbewegung mit Hilfe von Wasserstoff als Energieträger. Im krassen Unterschied zu herkömmlichen Fortbewegungsmitteln, welche großteils mit fossilen Brennstoffen gefüttert werden, soll Wasserstoff im Idealfall keine negative Auswirkung auf die Umwelt haben. Aktuell werden wasserstoffbetriebene Fahrzeuge vor allem im öffentlichen Nahverkehr genutzt. Aber in naher Zukunft sollen auch Privatfahrzeuge an Abnehmer zugewinnen. Das wahrscheinlich bekannteste Unternehmen rund um die Wasserstoffmobilität dürfte Nikola sein, ein US-amerikanischer LKW-Hersteller mit der Passion, den Güterverkehr zu revolutionieren. Wie wir im einleitenden Video zu Wasserstoffaktien bereits erläutert haben, gibt es einige Vorteile von Brennstoffzellen im Vergleich zu batteriebetriebenen Fahrzeugen. Und zwar die höhere Reichweite, unbegrenztes Vorkommen an Wasserstoff durch das Hydrolyseverfahren und die mögliche Skalierbarkeit des Gesamtsystems. Demgegenüber wirken die Nachteile vor allem für den Endverbraucher jedoch aktuell stärker. Die Anschaffungskosten von Brennstoffzellenautos sind derzeit extrem hoch, ab 60.000 Euro und darüber, da die Herstellung in Kleinserien als auch die Verfahren und Rohstoffe noch sehr teuer sind. Die Tankkosten sind aktuell etwa doppelt so hoch wie bei den Elektroautos. Das kommt natürlich auch aus der noch sehr unwirtschaftlichen Wasserstoffgewinnung, dessen Speicherung und Transport. Und die fehlenden Tankstelleninfrastruktur. Aktuell gibt es rund 7.000 E-Tankstellen und nur 100 Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland. Der Basiswert liegt bei 15.000 normalen Tankstellen. Doch die beratenden Wissenschaftler und Klimaschützer der Bundesregierung denken bereits einige Schritte weiter und sehen die Herausforderung im Ganzen. Der Extremfall wäre nämlich, dass jedes herkömmliche Auto mit einem Batterie- oder Brennstoffzellbetriebenen E-Auto ersetzt wird. So stößt man bei diesem Maßstab schnell an die Grenzen der Batterievariante. Denn erstens gibt es nicht einmal genügend Lithiumvorkommen auf unserem Planeten, um jedes Auto damit nachzubauen. Und des Weiteren würden die aktuellen Stromnetze diesem Vorhalten der Energie nicht standhalten. Was übrigens auch wieder Energiebedarf. Denn wenn nur 1% der Autofahrer ihre Elektroautos, sagen wir mal, über Nacht gleichzeitig laden wollen, würden dafür mehr als 600% der aktuellen Stromleistung von ganz Deutschland benötigt werden. Der große Vorteil von Wasserstoff wäre hier die Anschlussfähigkeit. Denn als Energiespeicher fungiert er wunderbar. Und es gibt theoretischerweise unendliche Energie aus erneuerbaren Quellen, welche aktuell nur nicht so gut in Form von elektrischer Energie gespeichert werden kann. Dass diese Berechnungen natürlich rein theoretischer Natur sind, ist klar. Aber in absehbarer Zukunft muss man sich genau mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wenn es um die Klimaziele Europas geht, eher früher als später. Das Investment in Wasserstoffmobilität kann einige Chancen eröffnen. Enthusiastische Anleger spekulieren in dieser Branche auf den nächsten Megatrend und einige wollen so früh als möglich dabei sein. Wenn Sie sich im Detail mit der Branche auseinandersetzen, werden Sie zukünftige Entwicklungen besser einschätzen können und auch in Investments einfließen lassen. Das größte Risiko bei einem Investment in Wasserstoffmobilitätsaktien besteht darin, dass es eine extreme Nische ist. Es gibt weltweit nur eine Handvoll Unternehmen, die sich diesem Zweck verschrieben haben, welche auch börsennotiert sind. Das macht einen Branchenüberblick und Ausblick natürlich sehr schwer und auch eine nötige Diversifikation quasi unmöglich. Auf jeden Fall müssen Sie einiges an Zeit mitbringen, um sich mit dem Thema detailliert auseinanderzusetzen. Viele Privatanleger wollen aktuell die ersten in diesen Aktien sein, um den vermeintlichen Megatrend in vollen Zügen auszukosten. Bekräftigt werden sie von den Entscheidungen der Politik und den Meinungsmachern von einigen Börsenbriefen, die ihre Hot Stocks unter die Anleger bringen wollen. Dass es aber noch mehrere Jahre dauern kann, bis diese Branche wirklich soweit ist, Umsätze und Gewinne zu erwirtschaften und somit auch fundamental ein Investment vertreten werden kann, wissen die wenigsten. Wenn der aktuelle Hype nun abklingt und es zu keiner drastischen technischen Entwicklung in dieser Branche kommt, könnten die Aktienkurse wieder in sich zusammenbrechen. Was dann mit immensen Verlusten bei fehlender Risikokalkulation mit sich geführt wird. Weil sie wirkliche Wachstumstitel für nachhaltige Renditen benötigen und auf jeden Fall ihr Kapitalrisiko überschaubar gestalten wollen, lohnt es sich mit der Branche der Wasserstoffmobilität im Detail auseinanderzusetzen. Denn nur so werden sie aktuell auch Aktien finden, die ihnen gute Renditen bescheren können, ohne dabei stündlich ihr Depot überwachen zu müssen. Kurzum und knapp ein paar Fakten. Unternehmen, die sich nur auf die Wasserstoffmobilität fokussieren, sind rar. Die Technologie dahinter ist aktuell wirtschaftlich nicht vertretbar und ein Investment in solche Einzeltitel bringt exorbitante Risiken mit sich. Der Sektor der Wasserstoffmobilität ist vorrangig von den Entwicklungen der Brennstoffzellenbranche und der Wasserstoffproduktion abhängig. Weiters entstehen Abhängigkeiten von Tankstellenbetreibern und auch von staatlichen Energienetzen. Darum sind die zukünftigen Entwicklungen sehr schwer abzuschätzen und sprechen aktuell gegen ein voreiliges Investment. Um diesem Risiko zu entgegnen, sollten Anleger ihren Blick auf Branchen richten, die bereits stark in der Mobilitätsbranche verankert sind und für zukünftige Entwicklungen bereits Projekte in der Wasserstoffmobilität ausrollen. Somit kann man ein Einzelfaktorrisiko weitestgehend verringern und von dem aktuellen Geschäftsbetrieb profitieren. Wenn dann die wichtigen Grundvoraussetzungen tatsächlich geschaffen werden, um die Wasserstoffmobilität voranzutreiben, werden auch diese eingesessenen Unternehmen profitieren können. Um diese Aktien zu finden, müssen Sie die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Wasserstoffmobilität verstehen, die besten Titel aufgrund von Fundamentaltaten und Zukunftsaussichten ausfindig machen und sich strikt an Ihren persönlichen Handelsplan halten. Um Ihnen diese Arbeit zu erleichtern, haben wir natürlich bereits eine Branchenanalyse der gesamten Mobilitätsbranche durchgeführt. In einem weiteren Video werden wir auf die detaillierten Analysen einiger Einzeltitel eingehen. Um diese nicht zu verpassen, abonnieren Sie am besten den Kanal und aktivieren das Glöckchen für die Benachrichtigungen. Wenn Sie sofort und vor allem individuell ins Handeln dieser Werte kommen wollen, buchen Sie am besten mit einem Klick auf den Link unter diesem Video einen persönlichen Rückruf. Denn persönlich ist es immer noch am einfachsten über Finanzen und den Weg zum finanziellen Ziel zu sprechen. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute, gute Investments und wir sehen uns natürlich beim nächsten Beitrag. Bis zum nächsten Mal.